Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Ultimagiken Horse zusammen mit Zombie, den haben wir hier stehen. Palutin direkt nebendran, schaut interessiert Wintercracker an. Ja. Und oben ist Wintercracker. Hallo. Wir haben Itemwahrscheinlichkeiten umgestellt, heißt wir gehen mal auf ne langweilige Map. Ja. Und gucken mal dann, was wir da so einstellen können. Pyramide? Ne, mit Müde war glaube ich zu komplex, oder? Hausdächer vielleicht oder Farm. Komm Farm, Farm waren wir ewig nicht mehr. Wo ist eigentlich GLP? Der ist krank. Ach der ist krank, das wusste ich gar nicht. Ich schreib's trotzdem unten in die Kommentare. Aber dafür haben wir noch Wintercracker. Was war denn das jetzt so ne Frage? Nein, das war einfach die Frage, weil's dauernd in den Kommentaren steht. Der arme Wintercracker. Das war nichts gegen Wintercracker. Manu ist so viel lustiger als Wintercracker. Guck mal, direkt coole Items. Hey. Uh, hier, guck mal, mach den Ventilator drinnen. Epic fail. Kann ich den Ventilator da dran bauen? Ja, dann fährt er hin und her. Alter, guck mal, wie verrückt das alles aussieht. Ui. Ui. Ui, wie schwer das war. Ich hab ein bisschen Angst. Ich bin prädestiniert dafür, da jetzt gleich reinzukriegen. Du kannst einfach da am Silo hochspringen, Wintercracker. Geh mal an den Silo. Nee. Warum nicht? Er traut dir nicht. Okay, Wintercracker, jetzt. Du schaffst das. Achtung. Ich schaff's auch. Achtung, Kreißsäge, Achtung, Kreißsäge. Okay. Aber gar nix los. Da war's gefährlich. Ich hatte Angst um mich. Nee, nee, nee. Das war alles easy. Warum? So häufig hab ich die Ventilatoren aber nicht eingestellt. Nur Ventilatoren, ja. Ja, leg mir in meine Box. Komm, da unten dran. Ue, ha, 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 ha. Ich hab Vivi Summer gestorben. Ich bin in meine Säge gesprungen. Achso. Der wollte sich die Fallenpunkte selber geben. Und ich wollte die ersten Punkte. Krieg ich keine? Warum ist da wieder einen? Ja, da werden die Lado ausgelassen. Ja, warte, ich mach mal dazwischen noch so ein Abriss-Dings rein. So kommt niemand mehr wieder durch. Oh, nee. Oh, nee. Oh, Gott. Alter, Wintercracker, was war das für ein Sprung? Nein. Oh, nee. Oh, Gott. Kein Problem. Ah, Wintercracker. Intili-Klug. Du hast gewarscht, dass er sich richtig gedreht hat. Der Aslan. Der Primat hat's gemacht. Sehr gut. Willkommen im Club. Aber warum bin ich nicht so dumm? Da ist eine Münze. Da hat jemand an der Münze versteckt. Ich hab die da hingepackt. Ich wollte mich die auch eigentlich holen, aber ich bin versehentlich im Ziel gelandet. Oh. Oh, noch so ein Ding. Endlich wird die Map schwierig. Ja. Oh, ja. Oh, Gott. Wie geil. Oh, Gott. Wie geil. Ah, aber jetzt haben wir halt recht. Oh, oh. Ja. Schaff's erst mal. Ich schaff das. Oh, nee. Kein Problem. Ich hab ja unendlich viele Versuche. Paluten lebt's noch. Ja. Wie hast du das geschafft, Paluten? Ich bin nicht Paluten. Ja, aber Paluten ist so richtig knapp an allem vorbei. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Richtig verkloppt. Unsere Essenz wird aufgesauft. Ja. Ich bin der Kräger. Ja. Noch ein Ventilat. Wow. Das ist einfach gemacht. Erster Punkt. Erster Punkt. Ui. Amorado. Ja, ich hol die Münze. Dann komm mal wieder hoch. Ja, das schaffe ich. Warte. Ich warte nochmal in Umdrehung. Oh. Und jetzt. Zack, zack, zack. Ey. Schlecht. Stabil. Leise Wurst. Alter, Wintercracker. Reiß dich mal ins Ram. Du hast ja fast gewonnen. Geh, Wintercracker. Am Ziel. Am Ziel ist es noch zu einfach. Komm. Eine Abrissbiene am Ziel. Okay, doch nicht. Ich hab den Stachelball. Ach so. Ich bin... Hä? Ach, weil du manchmal der Waschbär bist. Ja. Ah ja. Ich seh. Oh, Gott. Erst noch die Anleitung. Oh, Gottes Willen. So, mach mal vor. Ja, Zombie hat es ja gebaut. Ja, der hat ja einen Plan, ne? Ne, ich hab den... Die Abrissbände da über mir hab ich nicht hingemacht. Ja, aber du hast das Ding da hingebaut. Ich hab bei den Luten nicht aufgepasst. Der hat gewartet, bis wir nicht mehr hingucken. Hä? Wie? Das ist irgendwie da nach oben katapultiert. Warte, warte, warte. Ich mach das mit der Kracker. Ich mach das. Ne, warte. Wir müssen warten, bis die Ventilatoren, glaube ich, da sind. Damit wir nach oben gepustet werden. Aber... Aber da sind... Und dann lassen wir uns einfach hochpusten. Dann lassen wir uns einfach hochpusten. Warte, jetzt noch einmal vorbei. Und jetzt hoch! Hochpusten? Hoch! 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 Kleber! Hilfe! Panic! Oh nein! Hoch! Hoi! Als auch, Mordado. Oh, einmal noch Fallenpunkte. Irgendlich Zombie wieder überholt. Jetzt haben wir die Boxhände. Warum kriegen wir jetzt drei aus? Ich weiß es nicht. Hoch, wie Zombie das erst mal zugebaut hat. Hä? Okay. Oh nein, nein, nein. Ich kann sie nicht mehr aktivieren. Schnell hier weg. Okay, warte. Ich glaube, ich hab's. Mann. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's dir langsam runtergeschoben. Nein! Warte, warte, warte. Äh, ich hab'n Plan, aber irgendwie. Ich kann moonwalken. Hä? Alter. Die Maschine. Da wollte ich hin. Komm, Wintercracker. Och, Mist. Ja! Oh, jetzt hat er mich wieder überholt. Oh, no. Nein! Fallenpunkte von Wintercracker bestimmt irgendwo. Komm schon, bitte, 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 bitte. Gib mir die Fallenpunkte. Hallo? Gib mir einfach die normalen Punkte. Ja! Oh, ja, Wintercracker. Ich weiter. Krass. Da ist er, der Affe. Alter, bist du groß? Der Affenmeister. Ach, du bist ja herangezoomt. Ich bin Affenmeister geworden. Oh, nein. Da stehen schon ein paar Blümchen. Ja, da stehen auch ein paar Channelporter. Ja, weil die wollen so funktionieren bei Mario. Ach so. Das ergibt ja Sinn. Das ist die Standardmap und da unten ist die Untergrundmap. Deswegen auch rot und blau. Ja. Ich kenn mein Mario. Mach den Untergrund zu. Wow. Ich fahr die Münze hin und her. Geht das überhaupt? Ja. Ich hole da mal nicht rein. Ja, Kommis. Nee. Ja. Hui. Ich hab erstmal halbe Map gesperrt bekommen. Oh, oh. Alter, Junge. Woher kommen die ganzen Blumen? Hui. Du bist ja die Piranha-Pflanzen. Also, kein Mario spielt. Nee, ich hasse Mario. Ach so. Oh Gott. Nee, ich hab Mario gemocht. Zumindest in Sonny See. Uh. Die lag da, der sich gegönnt. Ja. Oh. Da fliege ich mit. Zum Air Airlines. Ich will den ersten Flieger erwischen. Ich muss bei der Premiere dabei sein. Ich nehm den. Nicht mit den zwei. Das ist verlooten. Warte, ein. Hilfe. Flugzeug abgestürzt. Achtung, Wintercracker. Das ist gefährlich. Oh, ich sehe schon. Ja. Kein Problem. Och Mann. Oh, mein Gehre. Hä? Oh Mist. Ich bin zu blöd, wir machen eben. Also, die Zombie Airline ist mir echt zu gefährlich geworden. Warte, wo? Ah, da. Paluten traut sich. Oh, ich sehe. Ja, stimmt. Alter, verlete. Nein, 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 nein. Ah! Ja, geile Punkte. Oh, noch ein Stil los. Ja. Oh. Oh, schade. Ja, sehr gut. Ja. Der Paluten will nicht länger auf der Mario mitbleiben. Kein Problem. Da spiele ich mal wieder richtig. Blöde ist mein Spiel. Oh Gott, wer dreht sich denn auf einmal? Mein Spielsound ist plötzlich so leise. Huuuui. Hä? Ach, oh, die Boom hat mich geschlagen. Ja, da kann man einfach rüberwüpfen. Oh. Gleich drauf geachtet. Oh Gott. Komm, jetzt haben wir in die Fallen. Au, hä? Wieso hat die mich so schnell geschlagen? Oh Mann. Alter, das ist Comeback. Ich habe echt viele Punkte, muss ich sagen. Hilfe. Soll ich hier weiterkommen? Au. Oh, da. Wer hat die Gegendus gewonnen? Nee, hä? Paluten hat er doch die Kino-Punkte. Ich weiß. Hab ich die Runde gewonnen? Ja. Ja. Oh, Anderlok. Oh, Anderlok. Ja, guck mal. Und zwei Falle. Aufhungjagd. Komm schon. Ja. Alter. Oh Gott. Oh Gott, das sieht nicht so stabil aus, wie das fliegt. Als auch. Als auch. Das soll ich nicht. Das soll ich nicht. Ja. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Hey. Hey. Nee, mit der Cracker, dann blockierst du einen anderen. Du musst es hinter ihm platzieren. Wie? Wie meinst du? Nee, ach, ich habe dich schon wieder verwechselt mit Paluten. Achso. Okay. Okay, mit der Cracker, ich habe den oben und jetzt? Du hast es hier gebaut. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Das war Paluten, Maudano. Du warst das, mit der Cracker. Du warst das. Du warst das, mit der Cracker. Mann. Hilfe. Oh Gott, du Airlines. Ah. 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 Ah, schade, ist doch ganz schlecht. Es war zu stark. Okay. Aua. Wartet. Los, mit der Cracker. Du schaffst das. Geil. Au. Der Druck. Achtung. Oh. Kein Problem, Brudi. Achtung. Au. War knapp. Au. Oh, da ist eine Bombe. Tja, vielleicht darf ich sie sogar bewegen. Ja, mal schauen. Oh ja. Endlich. Da, nein. Mach doch den hier weg. Wen? Den da. Achso, dann haben wir unten. Dann haben wir den Untergrund. Dämmend. Oh, da ist auch eine Münze. Das wäre echt nicht schlecht. Ja. Machst du? Ich weiß, dass Paluten zubauen will. Warte. Achso. Die Animation ist länger. Paluten kannst du nicht platzieren. Ja. Wow. Na, jetzt haben wir die Animation mit einberechnet. Ich warte nicht 100 Jahre, dass mir jemand meinen Sieg hier nimmt. Wo kommt man raus? Ach, da hinten kommt man raus. Wo bin ich? Ah, da. Oh, oh. Hä? Achso. Und dann da durch. Ach Mist. Au. Okay. Da wird man noch geschlagen. Hä? Ach, und da wird man gepumpt. Verdammt. Jetzt kriegt er auch die Punkte. Ich glaube schon, wer hat gewonnen. Ich warte noch auf Wintercracker. Ja. Achtung Wintercracker. Oh. Oh, der Fall der Fall da. Achtung, Fußball. Ja. Kein Problem. Faust war da echt nicht effektiv. Oh nein. Nein. Ja. Ich hätte fast einmal ins Ziel geschafft. Ich bin Wintercracker wieder am Dancen. Wie in der ersten Woche. Wie immer. Ja. Häuser Dächer. Ey. Achso, ich habe gedacht, ich hätte etwas angeklickt. Dann nehme ich den geilen Block hier. Okay, ich grehe. Okay, ich grehe. Oh. Ich drehe den hier noch mit. Oh, die kann man nicht mehr drehen. Ich schwiebe. Oh, oh. Oh, oh. Ich hätte vielleicht direkt schrecklich sein. Ihr könnt doch mal ein bisschen rausfallen und dann... Oh nein. Werde ich es nochmal ins Ziel schaffen? Diese Folge wohl nicht mehr. Hallo. Ja toll. Hä? Hä? Ja. Oh, oh. Oh Mist. Zumil hört die Hext an. Oh Gott. Oh. Alter. Was hat Zumil da gemacht? Keine Ahnung. Der ist einfach rumgeschwebt. War du ein Tod? Ja. Ja. Ich bin unten links. War nicht gut. Ich habe es ins Ziel geschafft. Hey. Der wird kaputt gemacht, der Papierflieger. Weil ich es einmal ins Ziel geschafft habe. Danke Zumil. Und der schafft es noch durch. Ich vertraue dem. So. Papierflieger. Du schaffst das. Ja. Ja. Okay. Aber der jetzt? Ja. Oh. Das ist ein gutes. Oh. Schade. Ein bisschen später. Dann wäre es perfekt gewesen. Der? Ah. Der nächste. Ja. Ja. Aber wir kommen jetzt drauf. Oh. Ich glaube es ist unmöglich. Aber. Ach. Ich wollte das Ziel schaffen. Hui. Hui. Danke Zumil. Dass du mich angetiert hast. Ja. Gerne. Warte dann mach ich hier wieder. Hier. Eine Faust für Zombie hin. Ja. Hahahaha. Hahahaha. Geh du noch rüber. Hallo. Ich bin wieder da. Hahahaha. Hallo. Hallo Zombie. Oh. Oh. Komm schon. Hahahaha. Hahahaha. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Als ob. Lol. Modado Hack. Also. Wie hab ich das geschafft. Oh. 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 Ich glaube ich gewinn. Ich glaube ich gewinn Leute. Haha. Achso. Ich hab das nicht bekommen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich klicke und dann bin ich froh. Und dann. Einfach mit 20 im Altersheim schon. Dann kommt die Traurigkeit. Oh nein. Oh nein. Pfff. Frau﹑ eyheh.. He 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 he. Hä. Hä, warum hat's nicht geschlagen? Hach. Bin ich wahnsinnsweise weit genug gegriffen? Nein. Ach ja. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Oh. 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 Hallo? Oh Gott sei Dank. Das ist ja geil. Ja nochmal Fallenpunkte. Oh mein Gott. Danke, dass ihr extra schlecht gespielt habt Leute. Das ist kein Problem. Vielen Dank fürs zu sehen. Schaut bei den anderen vorbei. Die sind in der Beschreibung beschlingt. Da gibt es ultra geile Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Können wir jetzt die Hälfte Mordado Gruppe wieder löschen?